Widerstände, Induktivitäten und Kapazitäten, dann haben wir einen Schalter drin und das lässt auch wieder Widerstände, Induktivitäten und Kapazitäten, der Kreis kann Gleichstrom oder Wechselstrom sein, das spielt eigentlich keine Rolle, wir haben dann noch das Corpus Delicti, das ist der Schalter, den wir haben, jetzt der Schalter, wenn der auf oder zu macht, dann erzeugt er Störungen. Wir schauen jetzt zuerst an, was passiert, wenn der Schalter zugeht. Wenn der Schalter zugeht, dann gibt es zwischen den beiden Kontaktflächen eine Spannung, dass es dann zum Durchschlag führt, bevor der Kontakt wirklich zu ist. Wir sehen hier im Oszillogramm unten, haben wir am Anfang, wenn der Schalter zugeht, haben wir so ein kleines Aussche, wenn wir das aber vergrössert und dann im Bereich von Nanosekunden pro Division anschauen, dann sehen wir dort einen kleinen, steilen Anstieg, wo man sieht, der ist typischerweise im Sub-Nanosekunden-Bereich. Dieser Anstieg hat eine Formel gefunden, wie man diese ungefähr ausrechnen kann. Das ist die ES, die Anstiegszeit ist 1300 durch die Feldstärke zwischen den beiden Elektroden in Nanosekunden. Wir sehen also, die Anstiegszeit ist eigentlich immer sehr schnell und das gilt eigentlich für alle Schalter oder Kontakte, die zu machen. Wir haben hier jetzt passiert, wenn man den Kontakt öffnet. Das heisst, wenn wir den Kontakt öffnen, dann wird ja ein Strom, der fliesst, unterbrochen und dann verschrecken unsere Induktivitäten. Das heisst, sie erzeugen eine Gegenspannung von L mal Di nach Dt und wir sehen, dass hier in diesem Diagramm das pünktliche Linie idealisiert, wie die Spannung würde von der Induktivität erzeugt werden. Wir sehen, beim Punkt A steigt die Spannung an und das ist ungefähr 300 Volt. Dort gibt es einen Durchschlag vom öffnenden Kontakt, das heisst die Spannungsfestigkeit vom Kontakt Magnumheben und das führt zu einem Durchschlag. Die 300 Volt, das ist ein Effekt von der Hausspannungstechnik in der Luft. Das heisst, unter 300 Volt gibt es eigentlich keinen Durchschlag. Das ist physikalisch bedingt. Das ist von der Haschenkurve in der Hausspannungstechnik. Der Funken führt wieder, leitet wieder, der Strom kann wieder fliessen, unsere Schalter geht auf, also die Kontakte gehen auseinander und irgendwann wird der Funken wieder unterbrochen. Nachher, wenn der Funken unterbrochen wird, gibt es wieder einen Anstieg, L mal Di nach Dt und in Punkt B haben wir den nächsten Durchschlag und das wiederholt sich jetzt so manchmal, bis es hier in Punkt E der letzte Durchschlag gibt. Und hier beim Durchschlag sehen wir auch die schnellen Spannungen, die kommen. Das sind eigentlich die rot eingezeichneten Spannungen, die man hier sieht. Das ist eigentlich unser Börst im Puls. Wenn wir das im Oszillogramm anschauen, sehen wir hier von einem 230 Volt Netzrelle. Wie das aussieht, ist zuerst eine sehr hohe Frequenz und wenn die Spannung immer höher wird, ist die Wiederholung immer ein wenig längsamer. Was haben wir unten? Das Abschalten von induktiven Verbrauchern, einmal ein Relais, dann haben wir einen SF6 Schalter. Wir sehen, die Anstieg sind doch im Nanosekundenbereich. Und dann in einem Freiluftschalter, wo wir die grösseren Distanzen haben, da sehen wir auch die Feldstärken zwischen den beiden Elektroden. Das ist einfach nicht mehr so gross wie mit einem SF6 Schalter oder einem Relais und dort ist dann auch der Anstieg entsprechend längsamer. Für ein EMV-Phänomen nachzuvollziehen, da empfehle ich eigentlich immer, wenn man mal eine Störung hat, muss man sich überlegen, was ist es für ein Phänomen, was haben wir an Störquellen und wo ist das Element, das gestört wird. Wenn man das gefunden hat, dann hat man immer eine gute Möglichkeit, eine Koppelung zu suchen und dann auch das Problem zu beheben. An Störquellen haben wir eigentlich immer Schalter, das sind Leistungsschalter, einen elektrischen Schaltkreis, das kann 5 Volt sein, 230 Volt, Hochspannungsschalter, Netzversorgungssysteme, Steuerleitungen, Kenndaten von diesem Phänomen, das sind Impulsflanken im Nanosekundenbereich. Wir haben dadurch auch ein breitbandiges Spektrum, das bis 400 MHz geht und das Hauptspektrum ist zwischen 25 und 35 MHz. Amplituden, die wir auftreten können, können bis zu einigen Kilovolt sein. Koppelung ist in der Regel kapazitiv auf die parallele Leitungen, induktiv mit einem Magnetfeldanteil in der Nahrung des Durchschlags. Dann haben wir auch noch Abstrahlung im Schalternaufeld durch die Funkenüberstrahlung. Die Ausbreitung ist eigentlich immer leitungsgeführte Kabelsysteme, unsymmetrisch, eigentlich immer gegen Arten. Wir haben eigentlich Sorgen bekommen und Störungen. Wir sehen hier die Norm 16000-4-4, die verschiedene Prüflevel definiert. Einmal für Powerports, also für Leitungen, ist 9,5 Volt bis 4 Kilovolt und für Netzleitungen ist es die Hälfte. Was seit 2005 noch geändert hat bei der Börschprüfung, ist die Repetitionsfrequenz vom Börsch selber. Bis 2004 war sie immer 5 Kilohertz und nachher hat man dort noch eine zweite Frequenz eingeführt, 100 Kilohertz. Die ist eigentlich gewählt, weil sie viel realistischer ist für die Nachbildung vom Börsch-Phänomen. Wir sehen es auf der nächsten Welle. Das sind ein paar Messungen mit verschiedenen Kontakten, die wir in seiner Zeit gemacht haben. Wir haben eine Gewecksilberrolle, die sehr schnell schaltet, in schneller Zeit. Wir haben auch sehr hohe Amplituden, bis 5 Kilovolt. Dann haben wir Signalrolle, Steuerrolle von 5 und von 10 Ampere. Was eigentlich von der Amplituden ausfällt, wir sehen zwischen 500 oder 250 Volt und 3 Kilovolt. Das ist das, was bei Röle und Schalter oder Schützen auftritt. Die Anstiegszeit war eigentlich immer unter 3 Nanosekunden. Die Norm hat sich hier durch 5 Nanosekunden geeinigt, weil das ist ein Wert, den man auch mit dem Koppelnetzwerk gut erreichen kann und nachbilden. Der Speiktauch ist im Mikrosekundenbereich. Was man jetzt auch deutlich sieht, sind die Repetitionsfrequenzen. Die sind also zwischen 10 Kilohertz und 143 Kilohertz. Man sieht, die 5 Kilohertz, die eigentlich früher in der Norm waren, sind eigentlich nicht das, was real auftritt. Bei 100 Kilohertz sind wir wesentlich mehr dort, wo Musik auch spielt. Bei der Anzahl Spikes sehen wir, in der Regel sind das zwischen 130 und 270. Also wir machen mit dem Burst, den wir nachbilden, weniger Pulse machen, als in Wirklichkeit auftreten. Aber man muss auch sehen, die Norm macht eigentlich den Burstpuls in einer fixen Höhe. Wie wir es vorher gesehen haben, ist ja die Spannung im Burst ansteigend. Und in meiner Ansicht ist das ein guter Kompromiss, den man macht, um die Burstprüfung zu machen. Hier haben wir den Einzelimpuls, wie er definiert ist. Wir haben einen Anstieg von 10,90 % von 95 Nanosekunden und einen Speiktduch von 50 Nanosekunden. Wir haben unten die beiden Darstellungen, einmal mit 5 Kilohertz, wo während 15 Millisekunden alle 300 Millisekunden wiederholt wird. Bei 100 Kilohertz haben wir 0,75 Millisekunden Burstduch. Was man hier bei der Norm als Idee dahinter sieht, ist, dass man die Anzahl Pulse nicht noch höheren wollte, sodass man eigentlich in der Norm die Energie, die pro Pulspaket in den Prüflinge reingedruckt wird, hätte man gleichbehalten und nicht verändern. Wenn man heute die Norm vielleicht neu schreiben müsste, dann wären die Zahlen vielleicht anders. Aber in der Regel will man ja nie gross ändern. Und vor allem will man Prüfe nicht stärker oder schärfer machen. Wenn Sie aber zu Hause prüfen, ist Ihnen frei, da entsprechend auch mit dem Hörstduch zu spielen. Wichtig ist vielleicht auch bei der Wiederholfrequenz, wo wir sehen, 300 Millisekunden. Das ist ein Vielfaches von unserer Netzfrequenz. Wir haben eine Periodentour von 20 Millisekunden. Und wenn man das anschaut, sehen wir, dass man eigentlich, wenn man Perioden anschaut, dass man eigentlich immer beim gleichen Phasenwinkel wieder prüft. Und das von einem Zyklus von 20 Millisekunden, wenn man eigentlich immer 5 Millisekunden nicht prüft. Wenn der Prüfling Relevanz hat zur Netzfrequenz, dann muss man das auch hier berücksichtigen und eventuell auch die Prüfung ein paar Mal wiederholen oder vielleicht informativ die Börstduch entsprechend verlängern. Wir haben hier, wie der Prüfgenerator aufgebaut ist, der intern hat einen Kondenser, der als Energiespeicher dient. Dann ist ein elektronischer Schalter und hinterher ist der Pulskreis, der über 33 Nanofarad den Puls in ein 50-Ohm-System eigentlich hinein kopplt. Und der Generator oder der Puls ist so definiert, dass man am 50-Ohm-Ausgang muss messen und auch am Koppelnetzwert-Ausgang und dort der Puls muss nachweisen. Für Signalleitungen haben wir eine kapazitive Koppelplatte. Die ist eigentlich von der Norm her ziemlich genau definiert, wie lang, wie breit und wie hoch sie dürfen. Also meterlang, 10 cm hoch und breite 140 mm. Dort wird eigentlich das Signalkabel in das Kabel ein oder in die Koppelplatte eingelegt und wir haben eine Koppelkapazität von ca. 200 Nanofarad von dieser Platte auf das Kabel. Das ist, vielleicht noch mal zu sagen, das ist eigentlich nur für Signalleitungen, nicht für Netzleitungen. Durch Prüfauftau im Labor, da haben wir eigentlich einen Tisch mit einer Metallplatte. Der Tisch hat eine Massenreferenzplatte, das ist eigentlich auf dem Tisch selber. Die anderen Methoden, wenn wir keinen Tisch haben, hat man den Boden, der Gerät am Boden stehlt. In beiden Fällen müssen die Prüflinge in 10 cm Höhe zur Massenreferenz isoliert aufgebaut werden. Die Massenplatte auf dem Tisch zum Beispiel, da ist die Norm, sie muss mindestens 0,25 mm dick sein, wenn sie aus Kupferaluminium ist und sonst mindestens 0,65 mm dick. Das sind in meinen Augen theoretische Werte, weil eine Folie legt ja keinen auf den Tisch. Wenn man da ein Blech nimmt, dann hat man mindestens 1-2 mm Blechdicke oder Aluminiumplattendicke und dann ist das eigentlich in der Regel immer gegeben. Dann ist auch das Gerät, das üblicherweise an der Decke oder der Wand montiert werden, als Tischgerät geprüft. Der Prüfgenerator, der sollte direkt an der Massenplatte angebunden werden. Wir sehen später noch im Bild, wie das aussieht. Hier haben wir den Prüfaufbau. Koppelmodus ist es so, man koppelt immer alle Leitungen gleichzeitig, eine Minute positiv und eine Minute negativ. Das hat sich auch geändert. Früher hat man alle Kombinationen der Koppelungen jeweils eine Minute positiv und eine Minute negativ getestet. Das ist vermutlich geopfert worden von den Kreisen, die wir kurz prüfen wollen. Die haben gesagt, die Börstprüfung kommt ja über die Netzleitungen. Wenn sie so reinkommt, geht sie sowieso kapazitiv gerade auf alle Leitungen. Dann müssen wir alle Kombinationen machen. Man reduziert dann eine Prüfung von unter 1,25 Stunden auf 2 Minuten. Was man hier sieht, das ist der Unterschied zwischen Tischgerät und Bodengerät. Tischgerät, dort ist der Generator oder Koppelnetzwerk einen halben Meter weg vom Prüfling. Und beim Floor Standing, also beim Standgerät am Boden, ist das Kabel einen Meter, plus minus 10 cm. Wichtig ist, dass der Prüfling auf 10 cm Höhe isoliert ist. Und wenn man es für nötig befindet, kann man den Prüfling direkt auch noch erden. Das muss aber im Prüfplan beschrieben werden und es muss an einem Bedienungsanleitung erwähnt werden, dass man das Gerät dann auch so installieren muss. Weil die Verbindung vom Gerät mit Erden, das hilft dem Gerät, die Börstprüfung zu überstehen. Weil man sieht das aus diesem Diagramm sehr schön, die Börstpülse, die gehen ja über die Leitung zum Prüfling. Und dann irgendwie durch die Luft gehen sie wieder auf die Massenreferenz am Boden, gehen wieder zurück zum Koppelnetzwerk und zum Generator. Wenn wir jetzt die Erden anbinden, dann gehen natürlich die Störungen über das Erdband auf die Massenreferenz. Und das hilft natürlich extrem, am Prüfling die Prüfung zu bestehen. Das Gleiche ist auch, wenn man das Gerät berührt während der Prüfung, dann ist man ja selber, ist man ja eigentlich auch ein Leiter von den Hochfrequenzenpülsen. Das ist so wie die Magie von Hand anlegen. Und das, würde man sagen, Hand anlegen hilft dem Prüfling, eine Prüfung zu bestehen. Aber das sollte man natürlich auch nicht machen. Da haben wir noch das Bild aus der Norm, ein bisschen koloriert. Dass man sieht, man sieht auf dem Tisch die Massenplatte, blau eingefärbt. Dann sehen wir die 10 cm, die der Prüfling isoliert ist. Wir sehen auch deutlich, dass der Generator muss an die Massenplatte niedrig induktiv verbunden werden. Dann muss der Tisch angeertet sein. Und auf der anderen Seite haben wir ein Beispiel mit einem Test auf kapazitive Koppelplatten auf Leitungen. Dort haben wir links das Auxiliary Equipment, das mindestens einen halben Meter von der Koppelplatten weg sein muss. Eher mehr als einen halben Meter oder mehr als einen Meter. Auf der anderen Seite haben wir den Prüfling, der auf 10 cm Höhe isoliert ist. Und was wichtig ist, der Generator muss auf dieser Seite an die Koppelplatten angeschlossen werden, wo der Prüfling liegt. Da haben wir jetzt den Abstand 1 Meter zwischen Prüfling und kapazitive Koppelplatten. Wichtig ist auch noch, dass der Prüfling mindestens einen halben Meter von leitenden Wänden oder sonstigen Leitungen entfernt ist, sodass wir kein Metall in der Nähe haben. Hier haben wir jetzt ein typisches Bild oder ein gutes Beispiel, wie man den Generator erden, dass er nicht induktiv mit der Massenplatte verbunden ist. Gleichzeitig wird das Erdband auch gebraucht, um den ganzen Tisch zu erden. Hier haben wir ein Beispiel von einer Kaffeemaschine. Die ist auf 10 cm isoliert. Das Kabel hat man für die Prüfung extra gekürzt, auf einen halben Meter. Sodass eigentlich das Netzkabel einen halben Meter zum Prüfling. Er geht die Pulse durch die Luft, wieder auf die Massenplatte und zurück zum Generator. Hier haben wir noch das Beispiel, wenn man eine Prüflinge hat, die jetzt zum Beispiel auf beiden Seiten geprüft werden muss. Also man hat zwei Prüflinge und eine Datenleitung dazwischen. Dann muss man einmal, wenn man den linken Prüfling prüft, muss man den Generator links an die Koppelzange anschliessen. Und wenn man die rechte Seite prüft, auf der rechten Seite. Auch hier die Abstände, jeweils 10 cm von der Massenplatte am Boden. Und auch, weil es ein Bodengrät ist, hat man jeweils einen Meter, wo das Kabel ist, zwischen Koppelzange und Prüfling. Norm sagt ja einen halben Meter oder einen Meter. Wichtig ist, dass das Kabel nicht länger wird, weil wenn das Kabel länger wird, hat man dann plötzlich Reflektionen. Und das kann dann dazu führen, dass am Ende des Kabel sich die Spannung aufschaukelt oder verdoppelt und dann hat man ganz eine andere Spannung. Hier haben wir noch das Beispiel von einem Prüfling auch mit Koppelplatten. Der Prüfling ist hier isoliert auf 10 cm. Und man sieht, auf der Seite, wo der Prüfling ist, ist auch die kapazitive Koppelzange angeschlossen. Wichtig ist auch, dass die kapazitive Koppelplatten, die selbst auch noch strahlt, Darum ist der halben Meter Abstand auch noch wichtig. Hier haben wir noch einmal das Bild, auch von einem anderen Prüfling, wo auch wie der Abstand schön zeigt, bis mal einen halben Meter vom Generator weg. Und auf der Seite, wo der Computer ist, Oxylerequipment. Dort könnte man noch mit einer Ferritzange oder mit einem CDM von der Teil 6 Prüfung, könnte man noch weiter den Börst entkoppeln. Das ist ein Beispiel, wenn der Anschluss oben hineinkommt. Da tut man das Kabel, unten hat man das Datenkabel, und geht dann senkrecht in 50 cm hoch zum Anschluss, der oben am Prüfling ist. Wichtig ist, wenn man so ein besondere Setup hat, wo man nicht unbedingt gerade in der Norm sagen kann, wie es ist, ist, dass man es aufzeichnet und dass man es im Report auch so dokumentiert, dass wenn jemand die Prüfung wiederholen will, dass man es sieht, wie man es gemacht hat, dass man es auch wieder gleich machen kann. Gut, jetzt machen wir noch praktische Beispiele. Wir haben jetzt hier unsere Prüflinge, wir haben den Generator. Dann haben wir als Prüfling, haben wir eigentlich hier eine Ruflinge, wir können schnell einschalten. Ja, und man kann hier rufen, das heisst, es rufen einmal, und machen wir jetzt noch ein zweites Monitor, das ist eigentlich zugleich gerade noch Funktionskontrolle, ob der Prüfling sich so verhalten, wie er sollte, ohne dass er gestört wird. Wir prüfen zuerst, wir sehen hier, wir haben hier ein Netzgerät, wir haben eine Netzgerät, die Fiesleitung, die auf einen halben Meter reduziert ist, wir haben das Kabel hier, jetzt, weil wir es nicht einfach kürzen wollen, dann haben wir das Meandercörm mit einer Gummi zusammengemacht, also, es gibt manchmal eher die, 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 die Metallsteine, oder die Plastik, die meint, dass die Kabel, wenn sie ausgeliefert werden, wie wir jetzt einen zusammenbunden, das sollte man nicht so machen, weil dort ist meistens noch ein Metallstäbe drin, oder ein Metallstreifen, und das wirkt dann praktisch wieder wie eine Art Trafo, weshalb haben wir, einen Klebstreifen, oder ein Kabelbinder, das wäre auch immer so, keine Metallregelung. Dann haben wir die Prüflinge über die Datenleitung, das ist ein halber Meter, wo wir vom Kürbungsseite sind, und wir tun da auch auf die Prüflingseite einspeisen, und da hinten haben wir unsere Rütti, das ist unser Hilfsgeld, wo wir jetzt die Wärme versuchen, nicht Lärmprüfung, wenn man das Teil anbricht, dann müssen wir die Prüflinge auf der Seite einspeisen. Wir tun jetzt Netzleitung einstellen, ich weiß, wie ich den Prüflinge verhalten, deshalb tun wir jetzt mal 200 Volt starten, und dann muss man rücken, es funktioniert eigentlich, die Funktion ist bereits gestört, wir haben 400 Volt eingespeisen, es ist jetzt für mich fraglich, für mich liegt jetzt der Prüfling, der Prüfling hat zwar ein C-Zeichen, aber wie das geprüft ist, müssen wir jetzt einmal kontrollieren, das ist natürlich C-E, das heisst China Export, und wenn man noch weiter mit der Spannung rauf geht, dann hört man, vielleicht hört man jetzt die einzelnen Störungen, man sieht im Display, man sieht auch die 5 Kilohertz, man sieht auch die einzelnen Bürstengröße, so wie sie direkt stören. Jetzt mal Prüfung beenden, und schalte um, auf 50 Ohr, das heisst, ich habe jetzt Prüfung auf Datenleitung, das kann man nochmal zurückfahren, dann, oder, wo wir anfangen wollen, wir stören jetzt, über die Leitung, auf die kapazitive Kuppel gesteckt, mal schauen, das funktioniert, jetzt gehen wir mal, jetzt spannen, hoch, 500 Volt, die Leitung geht, auch nicht, also, die ist eigentlich da auch schon bei 500 Volt, ist das Ding schon gestört, wir sehen, da hat man jetzt einiges Potential, zum, zum, den ganzen Prüfling, zu entstören, wenn man so einen Generator hat, dann hat man die gute Möglichkeit, das auch zu tun, wenn man keinen hat, dann macht man praktisch, einen Blindflug, und man fällt in die Prüfung durch, und muss dann die Prüfung so machen, gut, das wäre jetzt, äh, bereits, fertig, von der Demonstration, wie eine Börschprüfung durchgeht, jetzt wäre noch einiges Zeit, für Fragen, falls jemand Fragen hätte, dass wir die auch beantworten können, sind Fragen, und dann können wir das beantworten, und so auch die Demonstration. Gut, herzlichen Dank an, wir haben uns gefreut, dass wir das, das Webinar, so gut ist, wir werden weitere Webinars, ich würde mich sehr freuen, wenn wir David, gerne zu suchen, wie gesagt, Fragen, das sind wir noch da, in der Webinar, so natürlich, wenn wir uns gleich kommen, wenn wir gerne die Fahre, in der Prüfung, so, selbstverständlich, zu kommen. Und wir würden mir gerne, das Webinar, abschliessen, äh, herzlichen Dank für die, Ich denke, wir sind gefreut, dass wir uns begrüßt. Wir haben es sehr gefreut, dass so viele Leute sich die Zeit nehmen, um bei mir zuzuhören, um den E-Mail um Börsbrücken zu fahren. Vielen Dank. Ade.